Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Folge des EMAX Screencasts bei Datenschauer. Und heute ist es zwar die zweite Folge, aber im Prinzip gehen wir die ersten Schritte. Es soll ja darum gehen, in dieser Serie zu zeigen, was kann EMAX und vor allem wie setze ich EMAX ein in meinem ganz täglichen Leben, aber eben auch in meinem wissenschaftlichen Umfeld. Also es wird auch um viele Funktionen, Bereiche und so weiter gehen, die in meiner wissenschaftlichen Arbeit eine Rolle spielen, die mir das wissenschaftliche Arbeiten auch erleichtern und mich unterstützen. Und natürlich soll es darum jetzt gehen, die ersten Schritte mit EMAX zu gehen. Also ich gehe jetzt in dieser zweiten Folge davon aus, dass du vielleicht nur mal etwas von EMAX gehört hast, vielleicht hast du auch noch gar nichts von EMAX gehört und das ist jetzt für echte Einsteiger, wie installiere ich EMAX, wie kann ich mich darin bewegen, wie sieht das Ganze aus, wie ist EMAX aufgebaut und so weiter und so weiter. Und das sind es gerade diese ersten Folgen, so eine EMAX-Installation von Anfang an zu nehmen und dann so anzupassen, wie ich es gewohnt bin. Wir werden auch im Laufe dieser Folgen sehen, und das sei mal schon vorweg gesagt, dass EMAX extrem anpassungsfähig ist, dass eigentlich kaum eine EMAX-Konfiguration da draußen gleich ist. Deswegen ist es natürlich bei allem, was ich hier tue, außer bei den wirklich jetzt allerersten Videos, auch sehr subjektiv geprägt. Das ist so, wie ich mit EMAX umgehe, wie ich das Programm nutze und ich werde auch versuchen, immer wieder auf Alternativen hinzuweisen, aber das ist jetzt sowieso der erste Start. Und wenn du kein Video von dieser Serie verpassen willst, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann solltest du unbedingt diesen Kanal Datenschau abonnieren und drücke auch auf die Glocke, dann bekommst du eine Nachrichtigung und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich habe mich dazu entschieden, ich benutze EMAX auf allen Betriebssystemen. Ich habe ganz lange Zeit Linux benutzt, Susi Linux, aber auch Ubuntu und Arch Linux. Dann bin ich vor ein, zwei Jahren wieder zu Mac zurückgewechselt, bin eigentlich auf sowohl was die Arbeit angeht, als auch das Private bei Mac OS gelandet. Allerdings muss ich gerade hier einen Windows-Rechner einsetzen und auch da läuft natürlich EMAX. Obwohl das auf Windows so ein bisschen hakt, ich benutze auch auf Windows das sogenannte Windows-Subsystem for Linux. Aber da ich davon ausgehe, dass viele von euch da draußen so ein ganz normales, stinknormales Windows benutzen werden, habe ich mir gedacht, ich zeige auch, wie das Ganze in Windows einzurichten ist. Denn unter Linux und unter Mac OS ist die Einrichtung eigentlich trivial. Hier seht ihr im Hintergrund schon EMAX laufen, wie das Ganze aussieht, wenn es dann das erste Mal gestartet ist. Aber wir wollen uns jetzt einfach mal ansehen, wo ihr da hingehen müsst, um EMAX herunterzuladen. Auch noch eine Sache. Das, was wir hier installieren, ist GNU EMAX. Das ist das EMAX, das 1984 von Richard Stallman entwickelt wurde und seitdem von einer großen Community weiterentwickelt wird. Und es ist ja so, da GNU EMAX eben unter dieser GNU-Philosophie steht und damit auch unter der GPL, unter der GNU Public License, heißt es, jeder kann dieses Programm nehmen. Der Code dieses Programms ist Open Source. Er ist sogar mehr als Open Source. Er ist Free Software. Das heißt, er kann genommen werden, beliebig verändert werden, wenn er wieder auch unter dieser GPL-Lizenz dann veröffentlicht wird. Das heißt, es gibt natürlich auch sogenannte Forks von EMAX, also spezielle Anpassungen. Jeder kann das machen. Ganz bekannte davon sind zur Zeit, die sehr, ich sag mal, en vogue sind, ist zum Beispiel Space EMAX, das gar nicht, äh, Space Max, das gar nicht mehr so sehr und Doom EMAX vor allem. Und die kommen schon mit einem, ja, sehr heftigen Einstellungen und so weiter und so weiter. Was wir hier tun wollen, ist ein sogenanntes Vanilla EMAX installieren, also ein EMAX, das, ähm, so kommt, ja, wie es, ähm, hier hochgeladen wurde. Die aktuelle Vision ist die 27er Version, ich glaube 27.2 ist die aktuelle Version. Und wir wollen uns dieses Vanilla EMAX, dieses Puri EMAX Stück für Stück dann anpassen nach unseren Wünschen oder ich muss ja sagen nach meinen Wünschen. Und, ähm, wie gesagt, hier unter Linux und auch BSDs ist es relativ einfach zu installieren, äh, in jedem Paketmanager ist es dabei, zum Beispiel bei Ubuntu, sudo apt install und dann EMAX, ähm, ganz easy. Auch unter macOS ist es relativ einfach, ähm, hier kann man es mit Homebrew installieren, mit einem einfachen Befehl, ja. Ähm, Homebrew ist ein, ähm, Paketprogramm, das viele oder eigentlich fast alle Linux-Programme für macOS kompiliert hat und hier als Paketmanager fungiert. Und wenn man auf brew.sh geht, ähm, dann kann man, gibt man mehr oder weniger drei Befehle, ähm, hier ein in seine Kommandozeile in Mac, in sein Terminal und dann installiert man Homebrew. Und wenn man Homebrew einmal installiert hat, kann man hier mit brew install minus minus cask emacs, kann man das Ganze installieren. Aber es gibt auch für Mac hier, äh, EMAX for OS X, diese Webseite. Und da kann ich mir ganz normal so ein, ähm, ähm, DMG, äh, Image herunterladen, so wie man das kennt von macOS, kann das dann entpacken und einfach diese, dieses EMAX-Programm in seinen Application-Ordner hinüberziehen, so wie man das meistens macht bei macOS. Also das ist sehr trivial und danach muss man eigentlich gar nichts mehr wirklich anpassen. Bei, äh, Windows sieht die Sache so aus, äh, ich kann mir hier eben die aktuelle EMAX-Version, EMAX-27, hier, ähm, am besten diese X27-2, X86-64-ZIP-Datei herunterladen und dann kann ich die irgendwo hin entpacken, völlig egal, ja. Ich hab das gemacht, ich hab das in meinen Programme-Ordner einfach entpackt, hier, dieser Ordner EMAX, ja, einfach entpackt. Und da ist dann dieser Ordner X86-64, also für, ähm, 64-Bit-Prozessoren, das sind alle gängigen Intel-Prozessoren und, äh, AMD-Prozessoren. Und da gibt's den Ordner BIN für Binary, hier stecken traditionellerweise die ausführbaren Programme drin und hier gibt's ganz, ganz schön viele, weil natürlich das alles für Windows kompiliert werden musste, aber ich kann dann hier entweder über EMAX oder über, noch besser, äh, wo ist es, Run EMAX, ja, diese zwei Dateien sind zum Ausführen von EMAX da und die kann ich einfach doppelklicken und dann, ähm, ja, ja, hier sogar, nee, hab ich hier nicht zweimal offen, das ist noch eine andere Version, aber hier, ähm, dann startet sich EMAX. Jetzt ist es aber so, ähm, dass EMAX wissen sollte, wo das sogenannte Home-Verzeichnis ist, äh, Linux-Systeme und Unix-Systeme, wie auch Mac OS 1 ist, haben ja ein Home-Verzeichnis, das heißt, das ist das Verzeichnis, ähm, meines Users und, äh, meistens habe ich dort ja dann die sogenannten Konfigurationsdateien auch, die EMAX dann laden möchte, wenn wir das dann später, äh, EMAX anpassen wollen, äh, dann brauchen wir dieses Home-Verzeichnis und dazu gibt es in Windows die sogenannten Umgebungsvariablen, also wenn ihr mal auf eure Windows-Taste drückt und das Menü öffnet und dann gebt einfach mal var ein, var, dann kommt hier, kommen hier schon die System-Umgebungsvariablen, ja, das, da wollen wir hin, das wollen wir bearbeiten und dann, äh, haben wir hier unten die Umgebungsvariablen. Dann klicken wir da mal drauf und dann seht ihr hier, habe ich hier diese Umgebungsvariable, äh, angelegt, das heißt, ich bin auf neu gegangen, habe hier Home eingegeben und dann kann ich hier den Wert der Variablen angeben, also einfach das Verzeichnis durchsuchen und da ist, wird ja der Benutzerordner schon angezeigt oder es wäre auch unter, normalerweise unter C, Benutzer oder User, wenn ihr es auf Englisch habt und dann eben der Ordner hier, ja, das, so müsst ihr das einstellen und dann OK klicken und dann habt ihr diese Home-Variable gesetzt und die ist eben wichtig, ähm, damit Emacs dann die Konfigurationsdateien auch später findet. Ähm, eine andere nützliche Variable ist zum Beispiel hier bei den Systemvariablen noch ein Ordner zu dem Path, zu dem Pfad hinzugeben. Im Path liegen mehr oder weniger alle ausführbaren Programme, ähm, und zwar ist es so, wenn ich hier mal CMD eingebe, in die Eingabeaufforderung gehe, dann kann ich Emacs auch so starten, ja, ähm, weil, wenn ich den, einem bestimmten Ordner im Pfad hinterlege, dann muss ich nicht immer den ganzen Pfad angeben, um ein Programm zu starten, sondern ich kann das einfach hier eingeben und das wird später wichtig sein, das werden wir uns dann auch noch ansehen, hier schon mal vorweg. Ich kann, ähm, sowas hier sagen, also ich kann Emacs mit bestimmten, ähm, Konfigurationen starten, zum Beispiel kann ich sagen hier, wenn irgendwas beim, ähm, Starten schiefläuft, dann soll, ähm, Emacs doch bitte mir eine Debug-Ausgabe, ähm, geben, von dieser initialen Konfiguration, ja, und damit ich das machen kann, damit das hier funktioniert, muss ich eben diesen Pfad, wo ich Emacs hin entpackt habe, ähm, hier noch reinsetzen, in diesem Pfad, das heißt, ich gehe hier auf bearbeiten, und dann stecken hier verschiedene Pfade eben drin, und dann muss ich eben hier noch hergehen und sagen, ähm, neu, durchsuchen, und dann hatte ich das ja im Pakt nach C, Programme, Emacs, und dann hier diesen Pfad, diesen BIN, diesen Binary Pfad, okay, und dann ist er hier da, und dann kann ich das Ganze ausführen. So, also diese zwei Sachen sollte man unbedingt in Windows noch anpassen, das muss man, wenn man in macOS und in, äh, Linux, das Ganze über die Paketmanager, also über Brew, oder über den Paketmanager deiner Distribution installiert, nicht machen. Gut, dann haben wir jetzt Emacs gestartet, und so sieht das Ganze erstmal aus. Wir werden das in den nächsten, ähm, Episoden noch anpassen, und natürlich habe ich, wie ich es eigentlich in so einem Programm gewohnt bin, auch hier so ein paar Icons, ich habe auch so eine Toolbar, das heißt, ich kann hier Open File, Open Directory, und so weiter, und so weiter, könnte ich hier alles mit den, ähm, mit den Maustasten machen, also ich könnte mich hier mit der Maus bewegen, aber es ist von Anfang an so, dass man eigentlich lernen sollte, Emacs mit bestimmten Tastenkombinationen zu steuern. Das hat einerseits damit zu tun, dass, wenn ich weiß, wie ich Emacs mit Tastenkombinationen steuere, dann kann ich Emacs zum Beispiel auch auf einer Kommandozeile benutzen, ja, und, ähm, ich bin auch viel schneller, ja, also ich habe meine Hände an der Tastatur, ich brauche die Maus nicht benutzen, und das hat auch etwas mit Ergonomie zu tun, ja, ähm, dass ich, ja, meine Hände da nicht die ganze Zeit wegbewegen muss, und so weiter, und so weiter. Ähm, also es, es lohnt sich einfach von Anfang an, Emacs mit Tastenkombinationen auch zu lernen. Das ist kein Muss, aber das möchte ich, äh, von Anfang an einfach in meinen Videos machen, weil ich benutze die Maus vielleicht mal in ein, zwei Prozent der Fälle. Ja, ansonsten brauche ich die Maus für Emacs nicht, und, ähm, auch die meisten Leute da draußen, ja, wenn ihr ein Tutorial anschaut oder so, wenn ihr auch irgendein Tutorial liest, eigentlich so gut wie keiner benutzt irgendwie die Maus, oder geht davon aus, äh, dass man, dass man die Maus benutzen könnte, und, äh, zeigt eigentlich alles über die Tastenkombinationen, ja, über Tastaturanschläge. Und von da, und so wollen wir das hier eben auch machen. Ähm, genau. So, das heißt, ich habe hier Emacs, und hier drin, hier ist mein Cursor. So, Maus kommt wieder weg. Und wir sehen einen schönen Welcome-Screen, und mit, ähm, dem Hinweis zu dem Hilfesystem, also zu dem Manual, aber auch zu etwas ganz, ganz Gutem. So habe ich Emacs wirklich von der Pike auf gelernt, damals vor zwölf Jahren. Ich bin einfach in dieses Emacs-Tutorial reingegangen. Ähm, wie, wie, wie gehe ich da jetzt hin? Ne, ich könnte natürlich draufklicken, aber lernen wir gleich mal ein bisschen was zur Steuerung. Also, wie kann ich diesen Cursor hier steuern? Normalerweise, wenn ich in einem Editor bin, würde ich natürlich die Pfeiltasten benutzen. Und ja, das kann ich hier auch. Also, ich kann hier die Pfeiltasten drücken, und kann mich hier bewegen. Wunderbar. Aber, das Thema Ergonomie, äh, habe ich ja schon angesprochen. Am besten lässt man seine Hände so gut es geht, über dieser, äh, sogenannten Home-Reihe der Tastatur. Also, das ist der mittlere Buchstabenblock. A, S, D, F, G, H, J, K, L und auf deutschen Tastaturen Ö und Ä. Ja, wenn man da seine, ähm, Finger ruhen lässt, und noch dazu, wenn man vielleicht, ähm, Schreibmaschinen schreiben kann, ist das alles sehr von Vorteil. Und dann kann ich mich da eben ein bisschen anders bewegen. Und zwar, ähm, ich mache hier mal noch ein, etwas anderes auf. Und zwar ist es so, zwei Tasten sind wichtig in Emacs. Das ist einmal die Steuerung-Taste, oder auf Englisch eben Control. Und wenn ihr irgendwas lest über Emacs, dann wird das immer mit einem großen C abgekürzt. Ja, dann kommt ein Bindestrich, und dann kommt die Taste, die ihr gleichzeitig mitdrücken sollt. Also, wenn ihr sowas lest, C, N, ja, das ist ganz häufig, äh, zu lesen in Emacs, Manualen und Tutorials und so weiter, dann heißt das, drücke die Steuerung-Taste und N gleichzeitig. Und wenn ich das hier mal mache, dann haben wir hier natürlich kein, so, wenn ich das hier mache, dann gehe ich nach unten. Ich springe wieder zurück, nach unten. So, die nächste Tastenkombination ist nach oben, Steuerung P, für Previous, Next und Previous. Also, Steuerung N nach unten, Steuerung P nach oben. N, P, N, P, N, P, P, N, so. So, dann will ich mich natürlich mit meinem Cursor nach links und nach rechts bewegen. So, Return macht einfach eine neue Zeile. So, nach links ist B, ja, Steuerung B. So, komme ich hier nach links. Möchte ich nach rechts kommen, dann ist das Steuerung F für Vorwort. Also, Vorwort und Backwort ist nach links und nach rechts. So, also gehen wir hier mal zurück. Steuerung B und Steuerung F, Steuerung B, Steuerung F. Also, ich kann mich mit den Steuerungstasten und den, ja, Idiomen für Next und Previous, Nextline, Previousline, Vorwort, Character, Backwort, Character, kann ich mich in einem Text bewegen. Springen wir mal zu dieser Seite hier zurück. Wir können ja mal hier dieses Emacs Tutorial aufmachen. Da haben wir ein bisschen mehr Text und können vielleicht da ein bisschen noch mehr rumspringen. Also, die Steuerungstaste gibt uns mehr oder wieder zahlenweise und zeichenweise Steuerungsmöglichkeiten. Oder eben die Pfeiltasten. Was aber in viel Text noch besser ist, wenn wir nicht charakterweise, also zeichenweise oder zahlenweise springen können, sondern wenn wir das Ganze pro Wort machen können. Und da kommt jetzt noch eine Taste ins Spiel. Neben der Steuerung-Taste, der Control-Taste, ist die andere Taste, die extrem wichtig ist in Emacs, die sogenannte Meta-Taste. So, jetzt sucht mal auf eurer Tastatur mal schnell die Meta-Taste. Werdet ihr leider nicht finden, denn die Meta-Taste kommt von den Lisp-Keyboards. Emacs, das kann ja schon mal so gesagt werden, ist ein Programm, das inspiriert mehr oder weniger von den Lisp-Maschinen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ist. Deswegen ist ein Großteil von Emacs auch in einem Lisp-Dialekt geschrieben, in Emacs-Lisp. Und über diesen Dialekt, das werden wir eben nächste Folge genau anschauen, kann man Emacs eben konfigurieren und erweitern und auch eigene Pakete schreiben, eigene Erweiterungen dafür schreiben in Elisp oder Emacs-Lisp. Und so eine Tastatur seht ihr mal hier und hier unten ist eben diese Meta-Taste. So, und das war eben damals die Kombination. Und heutzutage gibt es eben diese Meta-Taste nicht mehr. Deswegen ist die standardmäßig gemappt auf die Alt-Taste. Also die Taste, die auf den meisten Standard-Tastaturen direkt neben der Leertaste ist, links neben der Leertaste, die Alt-Taste. Wer keine Alt-Taste hat, warum auch immer, der kann, oder die anders belegt ist, der kann auch die Escape-Taste drücken. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nur ein Zeichen nach vorne, also nach rechts springen möchte, sondern ein ganzes Wort, dann kann ich das eben nicht mit STRG-F machen, nochmal STRG-F, gehe ich Zeilenzeichenweise vor, STRG-B, Backwardszeichenweise zurück, sondern mit der Alt-Taste, also eben mit Alt-F springe ich mehr oder weniger, überspringe ich immer ein Leerzeichen oder auch ein Sonderzeichen. So, und das gleiche ist natürlich mit Alt-B, Alt-Backwards springe ich eben wieder Wörter zurück. So, wunderbar, also die Alt-Taste. Das gleiche könnte ich eben mit der Escape-Taste machen, aber vorsichtig. Die Escape-Taste ist ein bisschen anders zu benutzen. Ich drücke zuerst die Escape-Taste und drücke dann F, Escape, B, Escape, B. Nicht gleichzeitig. Und deswegen ist sie eigentlich zum wirklichen Bewegen in Emacs meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll, sondern man sollte schon die Alt-Taste benutzen. Genau. So, damit bewegen wir uns wortweise. Ich kann mich aber auch, manchmal möchte man auch an den Anfang einer Zeile oder an das Ende einer Zeile springen. Und hier wäre STRG-A, wie das deutsche Wort Anfang komischerweise, also nicht Beginning, aber B ist ja schon weg, also STRG-A bringt mich an den Anfang einer Zeile, kann man sich mit Anfang gut merken, und STRG-E an das Ende der Zeile. Hier nächste Zeile, STRG-N runter, STRG-A an den Anfang der Zeile, STRG-E wieder zurück. Und dann kann ich natürlich auch den Inhalt, den ich hier sehe, auch hier schon mal gleich ein spezielles Emacs-Wort, ein spezieller Emacs-Begriff, den ihr immer wieder hören werdet, das ist ein Buffer. Also das, was euch hier angezeigt wird als Inhalt, und zwar hier in diesem weißen, bis zu dieser sogenannten Mode-Line hier unten, das hier alles, dieser Bereich, was hier drin ist, das ist ein Buffer. Hier oben seht ihr auch Buffers, wir haben hier mehrere Buffer offen. Ich bin ja schon in einen anderen Buffer vorher gesprungen, in diesen Scratch-Buffer hier. Das ist also ein Buffer, der wird standardmäßig mit Emacs gestartet, auf dem man dann einzelne Notizen, also so hinkritzeln kann, to scratch, ja. Und dann nachher, wenn ich das möchte, vielleicht speichern könnte. So, der wird standardmäßig immer eben gestartet. So, das ist also ein Buffer. Gehen wir hier wie ins Tutorial rein. Und oftmals möchte ich ja seitenweise springen, also in langen Dokumenten, und das hier ist eben ein längeres Dokument, dieses Tutorial, dann kann ich das mit STRG-V machen. Also mit STRG-V blättere ich mehr oder weniger durch Seiten hindurch, seitenweise, also eine Seite ist immer eine komplette Ansicht hier. Und zurück geht es eben nicht mit STRG-V, sondern eben mit ALT-V. ALT-V scrolle ich wieder nach oben, STRG-V eben nach unten. So, das Ganze geht übrigens auch mit dem Bild-Auf- und Bild-Ab-Dateien. Also die meisten Tastaturen, größeren Tastaturen haben Bild-Auf- und Bild-Ab-Dateien. Aber hier muss ich ja schon wieder mit meiner Hand so ein bisschen weiter nach rechts gehen. Da ist es natürlich angenehmer mit STRG-V oder ALT-V eben hoch und runter zu gehen. So, damit haben wir uns eigentlich hier sehr gut durch einen Buffer hindurch bewegt. Eine wirklich sehr nützliche Tastenkombination ist es auch noch, wenn ich jetzt hier mit meinem Cursor mal hier ein bisschen weiter unten bleibe. und jetzt ist es oft so, dass ich dort, wo ich gerade mit dem Cursor bin, das möchte ich zentrieren, weil ich mich darauf fokussiere. Also meistens geht mein Blick ja, wenn ich irgendetwas lese oder bearbeite und so weiter, dann macht man das ja intuitiv in der Mitte des Bildschirms. Und damit ich das in die Mitte bekomme, drücke ich STRG-L. STRG-L zentriert den Cursor in der Mitte. Also nochmal, wenn der Cursor sich irgendwo außerhalb der Mitte befindet, kann ich mit STRG-L das Ganze in die Mitte holen und habe dann einen besseren Fokus auf das Ganze. So, also, hier haben wir also einen Buffer. Und das Tolle ist, ich hatte ja gerade gesagt, da sind auch noch andere Buffer offen, ich kann ganz viele Buffer gleichzeitig offen haben in Emacs und kann jetzt auch mir mehrere Buffer gleichzeitig anschauen, indem ich ganz einfach dieses Fenster, also das ist eine Begrifflichkeit jetzt auch wie der Emacs spezifisch, normalerweise denken wir daran, dass das hier, also dieses ganze Ding hier, das ich hier gerade über meinen Desktop bewege, dass das ein Fenster ist, ein Window. Das ist so die Nomenklatur von Windows, so wie man das auch gewohnt ist, auch bei macOS und so weiter, auch bei anderen Desktop, Desktop, Desktops wie Gnome oder KDE oder XFCE, you name it, auch dort wird sowas eigentlich ein Fenster bezeichnet. Das ist bei Emacs ein Frame. Ein Fenster ist eigentlich nur das, worin ein Buffer plus Mode-Line angezeigt wird. Also diese Mode-Line hier, wo ich so ein paar Infos zu meinem Buffer bekomme und die auch klickbar sind, theoretisch, aber normalerweise benutzen wir diese Mode-Line zu Infos über dem Buffer und in welchem Mode man gerade ist, aber das kommt nächste Folge noch. Und hier ist nochmal so eine kleine Befehlszeile, da kommen wir auch gleich dazu. Aber dieses ganze Paket hier ist also, das ist das Window. Und das kann ich jetzt teilen. Also ich kann es einerseits eben so hier vertikal teilen, mittig, oder ich kann es horizontal teilen. So, und das wollen wir jetzt mal machen. Also wir teilen es jetzt erstmal horizontal. Dazu die erste, ganz wichtige Tastenkombination, STRG X. So, hier sehe ich schon in meiner Befehlszeile, steht hier, ich habe STRG X gedrückt und es erwartet jetzt noch eine weitere Tastenkombination oder eine weitere Taste. Das ist also nur so ein Prä-Befehl, der jetzt noch auf etwas wartet. STRG X. Ganz typisch in Emacs. Jetzt drücke ich die 2, also die Taste 2 und ihr seht, das Fenster wurde hier vertikal gesplittet. So, und dann kann ich das Ganze natürlich auch, Entschuldigung, vertikal habe ich gesagt, horizontal wurde es natürlich gesplittet. Und jetzt kann ich das Ganze auch noch vertikal splitten. Dann dazu drücke ich wieder STRG X. Hier unten, seht ihr, STRG X. Und dann nicht die 2, sondern die 3. So. Und jetzt habe ich das Ganze hier gesplittet. Jetzt habe ich aber dreimal den gleichen Buffer offen. Ich zeige noch gleich, wie man Buffer wechselt. Und jetzt wollen wir aber mal in die verschiedenen Fenster springen. Und das macht man mit STRG X, gefolgt von einem O, einem kleinen O. Jetzt bin ich in den rechten gesprungen, wieder STRG X O, in den unteren STRG X O, in den linken oberen, und so weiter. Das heißt, mit STRG X O cycle ich einmal durch meine ganzen Windows hindurch. Springe ich quasi zu einem anderen Window. So. Okay. Wie kann ich diese Sachen aber auch wieder schließen? Also ich befinde mich hier jetzt gerade in diesem Fenster hier und das möchte ich schließen. Nur das hier. Also in dem Fenster, in dem ich mich gerade befinde, das brauche ich nicht mehr. Dann steue ich STRG X und Null. Dann ist es weg. So. Das hätte ich auch anders machen können. Lasst uns das nochmal vertikal teilen. Nochmal mit STRG X und 3. Ich könnte jetzt auch sagen, nur dieses eine Fenster soll übrig bleiben und es sollen alle anderen geschlossen werden. Also genau das Gegenteil. Entweder ich befinde mich in einem Fenster und sage, dieses Fenster soll geschlossen werden, alle anderen sollen übrig bleiben oder das Gegenteil, nur dieses Fenster soll übrig bleiben, alle anderen Fenster sollen geschlossen werden. Übrigens, Fenster schließen heißt nicht, dass ich einen Buffer schließe oder einen Buffer kille eigentlich. Also einen Buffer muss ich killen in der Sprache von Emacs. Der ist immer noch da, der Buffer. Also dieser Inhalt ist noch da, auch wenn ich ein Fenster schließe. So, also das Gegenteil von STRG X Null ist eben STRG X Eins. Alle anderen Fenster gingen zu, dieses obere linke Fenster blieb da. Okay, dann als nächstes, wie kann ich denn so einen Buffer wechseln? Also, ich möchte ja, also ich habe jetzt, ich teile jetzt noch mal den Bildschirm, die Fenster, nicht den Bildschirm natürlich. Und wie möchte, wie kann ich jetzt auf dem rechten Buffer mir etwas anderes anzeigen lassen? Also erstmal wechsle ich in den Buffer mit STRG X O, bin da drüben, dann könnte ich natürlich hier wieder meine Maus benutzen und einen anderen Buffer auswählen. Zum Beispiel diesen Scratch Buffer oder ein Buffer, der auch immer mitläuft, sind zum Beispiel diese Messages. Da wird mitprotokolliert, was so gemacht wurde in Emacs, welche Messages ausgegeben wurden. So, aber natürlich will ich die Maus nicht bemühen, sondern ich möchte das wieder über Tastenkürzel machen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist folgende, also wieder STRG X, wieder meine Prä-Tastenkombination, um irgendetwas auszuführen. Und dann drücke ich B für Buffer. Und dann, seht ihr hier unten, kann ich jetzt den Buffer eingeben, zu dem ich switchen möchte. Hier ist schon der Scratch Buffer mehr oder weniger ausgewählt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach Return drücke, komme ich wieder in diesen Scratch Buffer zurück. So, möchte ich aber in diesen Tutorial Buffer, so, jetzt habe ich wieder STRG XB gedrückt für Buffer, dann wird default natürlich wieder diese Messages Buffer ausgewählt. Aus dem kam ich ja gerade. Also, Emacs merkt sich immer, was war denn der nächste, was ist denn der nächste Buffer im Cycle, den du haben willst. Ja, so könnte ich auch durch die Buffer durchcyclen. Aber ich kann natürlich jetzt hier auch diesen anderen Buffer, also wenn ich hier mal tue, für Tutorial, das muss ich noch nicht mehr austippen, ich kann die Tab-Taste drücken. Das ist ja, wer unter Linux viel arbeitet, oder in der Kommandozeile viel arbeitet, es muss gar nicht unter Linux sein, könnte auch in Windows PowerShell sein, der ist es gewohnt, Befehle mit der Tab-Taste zu vervollständigen. Also, wenn es das schon irgendwie gibt, den Befehl oder eine Dateinamen oder sowas, und so ist es eben in Emacs auch. Emacs kennt ja die Buffer, die offen sind, und wenn ich da nur ein T, TU eingebe und dann die Tab-Taste, dann kommt hier der Name des Buffers, den seht ihr übrigens auch hier, das ist der Name des Buffers, der angezeigt wird in einem bestimmten Fenster. Und so kann ich eben auch zu diesem Buffer switchen. Jetzt ist es aber so, ich weiß, wenn ich viele, viele Buffer aufhabe, dann weiß ich ja oft gar nicht, was gibt es denn überhaupt für Buffer. Also das heißt, wenn ich in einen anderen Buffer springen möchte, wäre vielleicht so eine Darstellung in Listenform gar nicht schlecht, wo ich mir dann einen aussuchen kann. deswegen kann ich eben anstatt Steuerung X B kann ich Steuerung X Steuerung B drücken. Und dann bekomme ich hier ein Fenster mit den Buffern, die ich offen habe. Wenn ich dann mit Steuerung X O zu diesem Fenster wechsle, dann kann ich hier eben mit Steuerung N Steuerung P hier eine Zeile auswählen und mit Return springe ich dann in diesen Buffer hinein. So simpel ist das. Wir werden uns in den nächsten Folgen noch Hilfs Erweiterungen für Emax anschauen, die diese Navigation nochmal erleichtern. Also A die Navigation zwischen den Fenstern, wenn ich viele, viele Fenster auf habe, das mich leichter zu einem Fenster springen lässt, aber auch zum Beispiel mich leichter in einem Buffer hineinspringen lässt. Aber diese Erweiterung müssen wir erst installieren und wie das geht, das sehen wir eben nächste Folge. Gut, ich mache jetzt mal mit Steuerung X1 mache ich jetzt mal dieses Fenster wieder groß und dann kommen wir noch zu dem Thema Text markieren, einfügen und so weiter. Springen wir mal zu dem Buffer Tutorial. Da haben wir viel Text, den wir kopieren könnten. So, gehen wir mal hierher und wollen uns mal diesen Absatz hier kopieren und irgendwo anders einfügen. Etwas markieren könnte ich natürlich wieder meine Maus nehmen. Auch das funktioniert in Emacs, wie man das auswört oder irgendwelchen anderen Editoren gewohnt ist. Aber auch hier ist es natürlich immer besser nicht die Maus zu verwenden. So, also Maus wieder weg. Gehen wir hier einmal nach oben mit Steuerung P und wieder an den Anfang der Zeile mit Steuerung A. Wir wollen diesen Absatz markieren. Dazu drückt man Steuerung Leertaste Steuerung Leertaste und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel nach rechts gehe, dann seht ihr, ich markiere das hier oder nach links. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch Wortweise machen und natürlich auch Zahlen Weise. So, oder mit Steuerung E hier bis zum Ende der Zeile springen, dann hätte ich genau diesen Bereich markiert. Und dieses Markierte kann ich natürlich jetzt kopieren oder auch ausschneiden. Natürlich auch da oben habe ich wieder Icons zum Kopieren und zum Ausschneiden und das Gute ist, auch wenn man hier mal was vergisst, was so möglich ist mit den Tastenkombinationen, das ist auch das Schöne an Emacs, deswegen ist es am Anfang, wenn ich Emacs lerne, gar nicht so schlecht, vielleicht diese Icons hier eingeblendet zu haben, ich zeige euch nämlich nächste Folge, wie wir das ganze Interface hier ein bisschen cleaner bekommen und diese Icons ausblenden können, was meiner Meinung nach viel schöner ist, aber gerade hier diese Menüs, die kann man sich am Anfang noch ganz gut eingeblendet lassen, weil wenn man mal nicht mehr weiß, wie ein bestimmter Befehl war, dann stehen hier immer die Befehle dahinter, so, und das ist ganz cool, das haben wir jetzt gesehen, gerade diese drei obersten Befehle, die sind ganz wichtig, wenn ich mir jetzt diesen Bereich eben kopieren möchte, nur kopieren möchte, drücke ich Alt-W, wie Wilhelm und gehe zu einem anderen Bereich und dann ist es Steuerung Y, nicht Steuerung V, wir werden es ja gewohnt, aus Windows und so weiter, ja, vor allem aus dem Windows-Bereich kommt es Steuerung C für Copy, Steuerung V für Einfügen, hier ist es nicht so, hier ist es erstmal Meta-W, also Alt-W, die Alt-Taste und dann ist es Steuerung Y für Yank, Yank ist der, ist der, das Idiom, was da dahinter steckt und da habe ich jetzt diesen Bereich hier reinkopiert. Wenn ich jetzt was rückgängig machen möchte, dann ist das wieder der sogenannte Undo-Befehl, Undo heißt das und da es ein Befehl ist, ja, brauche ich wieder eine Prätasten-Kombination, Steuerung X und dann drücke ich U und dann habe ich das Ganze rückgängig gemacht. So, und jetzt noch die Variante, wo wir uns diesen Absatz hier ausschneiden und woanders einfügen möchten. Auch hier markiere ich ihn wieder mit Steuerung Leertaste, gehe hier nach unten und jetzt drücke ich eben nicht Alt-W, sondern Steuerung W, Steuerung W schneidet das Ganze aus, ich kann woanders hingehen und wieder mit Steuerung Y, das ist hier jetzt in meinem sogenannten Killring drin, also der Zwischenablage und da kann ich das Ganze hier einfügen und auch hier bin wir mit Steuerung X U Ando, Steuerung X U Ando ist ja hier wieder unten drin. Ja, so kann ich Text markieren, ausschneiden, kopieren, einfügen und das Ganze auch wieder rückgängig machen. Dann ist es natürlich noch wichtig, ich möchte ja zum Beispiel mir eine Datei öffnen, Dateien öffnen, natürlich auch hier oben wieder Datei öffnen, aber in IMAX natürlich per Tastenkombination noch viel einfacher, die jetzt gleich die zwei wichtigsten Befehle, die man ständig braucht, eine Datei öffnen und eine Datei speichern. Eine Datei öffnen mit Steuerung X Steuerung F so, dann sehen wir hier unten schon kommt also der Pfad, ja, in dem ich mich gerade befinde und jetzt schauen wir mal, ob das hier richtig in Windows hier eingerichtet ist, schauen wir mal, ob das hier geht, wenn ich hier die Tilde nehme, mag er hier nicht, weiß ich nicht, habe ich gerade frisch installiert, vielleicht auch die Variable nicht richtig angepasst, dann geben wir das eben mal schnell selbst ein und da sollte ich doch ein genau hier in meinem Homeverzeichnis habe ich eine Datei liegen, das weiß ich jetzt zufälligerweise, ja, wie ich das noch anders machen kann, zeige ich gleich, aber hier habe ich eben eine Datei erste Schritte erstellt, und die möchte ich jetzt öffnen, so, und da ist die Datei schon, das ist eine Org-Datei, wie schon in der Einführung, letztes Mal, in der allerersten Episode gesagt, das ist ein Modus, mit dem wir uns ganz viel beschäftigen werden, aber der wird wahrscheinlich in der vierten Folge dann drankommen, genau, und so kann ich eben eine Datei öffnen und wir hatten ja glaube ich noch in der Zwischenablage einen Text, den kann ich hier mal einfügen und jetzt möchte ich die Datei wieder speichern und das mache ich eben mit STRG X STRG S speichere ich die aktuelle Datei wenn ich mehrere Dateien zum Speichern habe ich habe jetzt zum Beispiel an dem Tutorial hier noch was geändert und dann gehen wir nochmal zurück zu diesem Fall und haben hier auch etwas geändert und also wenn ich in mehreren Buffern gleichzeitig etwas geändert habe dann kann ich mit STRG X und einem einfachen S alle Buffer speichern wo es gerade was zu speichern gibt und hier unten fragt er mich jetzt auch schon save file erste schritte .org und dann hier unten eben ja nein auf jeden Fall Q für quit aber ich sage einfach mal Y für yes für ja und dann hat er das gespeichert oh und Tutorial glaube ich hat er gar nicht speichern können weil es ist ein read only text aber glaubt es mir einfach wenn ich mehrere Buffer habe STRG x und ein s speichert das ganze so ich wenn ich aber nicht weiß zum Beispiel wie eine bestimmte datei heißt dann mache ich mal noch mal STRG x STRG f gehen wir hier noch mal doch jetzt kennt er witzigerweise das home verzeichnis also tilde ist ja die abkürzung für das home verzeichnis keine ahnung warum man das vorher nicht gefunden hat aber was ich hier gerade gemacht habe auch hier funktioniert es ja die tab taste zu drücken also wenn ich ungefähr weiß also wenn ich nicht ungefähr weiß sondern weiß wie meine Datei heißt und gebe nur die ersten Buchstaben ein dann kann ich mit der Autovervollständigung arbeiten oder brechen wir das ganze mal ab ich möchte jetzt ich bin jetzt da unten drin auch ein ganz ganz wichtiger befehl gerade ich bin jetzt hier unten drin und möchte aber gar keine Datei auswählen möchte das ganze abbrechen dann ist ein wichtiger befehl strg wie gustav strg quit da komme ich eigentlich aus allem raus das zum beispiel strg ist auch wichtig wenn ich wenn ich jetzt hier text markiere und man denkt ja gut jetzt mache ich wieder strg leertaste aber strg leertaste ist wieder der text markiert also wie komme ich eigentlich aus diesem markier modus raus und das macht auch strg also generell wenn ich gerade irgendwo dabei bin oder zufälliger weise auf strg irgendwas strg x irgendwie gekommen bin und ich möchte aber jetzt gar kein befehl ausführen dann kann ich einfach mit strg g das ganze quitten und abbrechen ok also auch ganz wichtig aber jetzt nochmal zum dateien öffnen emacs hat einen ganz potenten datei manager eingebaut den sogenannten dir ad oder diet so sprechen das auch manche aber eigentlich dir für directory und add eben für editor also dir ad oder diet und in diesem modus den werden wir uns auch in der späteren folge mal genauer anschauen aber nur dass ihr das auch mal gesehen habt mit steuerung x d kann ich mir quasi ein verzeichnis in diet anschauen hier ist es jetzt mein home verzeichnis also ich könnte jetzt auch noch in ein anderes verzeichnis reinspringen aber ich will jetzt in meinem verzeichnis sein und bekomme das dann hier angezeigt und kann dann eben in diesem home verzeichnis hier in ein weiteres verzeichnis ich weiß nicht warum also emacs auf windows hier gerade permission denied ja windows was haben wir für ein verzeichnis hier zum beispiel nextcloud oder hier über die zwei punkte wieder zurück wer das kennt wer in linux ein bisschen firm ist weiß wie das hier geht und hier kann ich mir eben jetzt auch eine datei suchen übrigens suchen gleich der nächste punkt können wir gleich hier anwenden wollte ich zwar in einem text buffer zeigen aber funktioniert hier genauso weil alles was emacs anzeigt ist text also was ist wenn ich nach einem wort suche das heißt wenn ich hier nach einer datei suche suchen geht über das sogenannte i search und das bekomme mit steuerung s steuerung s sieht hier unten geht jetzt i search auf und dann gebe ich hier erste ein und wunderbar hier zeigt der erste schritte und mit return komme ich eben aus der suche wieder raus und bin dann in der richtigen zeile könnte jetzt diese datei öffnen mit return übrigens wenn ich jetzt weiter suchen möchte drücke ich noch mal steuerung s dann kann ich wenn ich wiederholt steuerung s drücke kann ich zwischen den verschiedenen gefundenen matches hin und her springen so aber ich wollte ja jetzt hier sein erste schritte das ist meine datei die ich öffnen möchte drücke return und öffne diese datei beziehungsweise wenn sie schon geöffnet ist springe ich natürlich nur in diesem buffer hinein wir könnten es hier jetzt noch mal schnell zeigen mit mit eisearch eisearch ist so dass es immer nach vorne sucht also eisearch durchsucht einen buffer immer von oben nach unten also wenn ich jetzt hier zum beispiel auf beachten nach beachten suche also strg s kann ich hier unten beachten eingeben dann kommen hier mehrere matches und mit strg s kann ich hier die matches durchspringen und wenn ich hier beim letzten so jetzt bin ich beim letzten hier angekommen und schaut wenn ich jetzt noch mal strg s drücke beim letzten match in diesem buffer dann seht ihr unten failing overhead case sensitive eye search also ab da findet er es nicht mehr nach unten weil weiter unten im buffer ist kein wort mehr beachten wenn ich aber noch mal strg s drücke fängt er wieder von oben an also kann ich eigentlich schon mit strg s hier durch gehen durch mein buffer ich kann aber auch rückwärts suchen und rückwärts ist strg r so und jetzt ist quasi eye search backward mit strg r zurück strg s nach vorne strg r zurück also so kann ich in text suchen ich kann natürlich auch noch mit sogenannten regex ausdrücken suchen aber ich denke das heben wir uns für eine andere folge auf ich glaube für die ersten schritte ist das das eigentlich das wichtigste jetzt gewesen ihr habt jetzt heute gesehen wie man in emacs sich bewegt also wie ich zeichenweise zahlenweise aber auch am anfang der zeile wortweise und so weiter mich im text bewegen kann wie ich text scrollen kann mehr oder weniger wie ich mir neue fenster öffne zwischen den fenstern hin und her wechsle wie ich zwischen den verschiedenen buffern wechsle wie ich mir buffer anzeigen lasse ja wie ich mit strg x zum beispiel auch ganz wichtige so so prä tastenkombinationen mache ich habe text kopiert text markiert text eingefügt ja und wir haben dateien geöffnet wir haben dateien gespeichert und wir haben uns auch kurz mal in dirett bewegt und das waren jetzt schon mal so die ersten schritte ja wie ich mich in emacs zurechtfinden kann wie gesagt ganz wichtig vielleicht gerade von anfang auch diese menüleiste mal da ein bisschen reinzuschauen was ist denn hier alles so so möglich was sehe ich denn hier für interessante tastenkombinationen auch ja ich denke für die ersten schritte soll es jetzt erstmal gewesen sein ein wichtiger schritt noch ein ganz wichtiger schritt ein letztes wie beende ich emacs eigentlich natürlich sagt jeder hier jetzt ist es leider hier nicht so ganz eingeblendet hier auf dieses x drücken einfach das fenster schließen ja könnte ich machen aber der normale emacs user der will natürlich alles mit einer tastenkombination machen also die tastenkombination um emacs zu beenden ist steuerung x steuerung c und emacs ist weg das nächste mal wollen wir uns dann anschauen wie wir emacs konfigurieren können das heißt wir wollen das erste mal den einen oder anderen befehl direkt in emacs eingeben wir wollen uns die konfigurations datei von emacs anschauen und so ein bisschen darüber reden wie man pakete in emacs installiert also nach installiert wie man so dann emacs erweitert und ja ich hoffe ihr schaltet wieder ein ihr bleibt dran an der serie und ich wünsche euch einen ganz schönen tag und bis bald bis zum nächsten mal ciao